Mein Trauermuster ist atypisch. Er gibt dir viel zu viele Medikamente. Fick nie deinen Therapeuten. Machen wir eine Liste mit Dingen, vor denen du Angst hast. Die Wälder. Wovor fürchtest du dich im Wald? Eden. Du musst den Mut haben, in der Situation zu bleiben, die dir Angst macht. Liebst du mich? Es geht mir gut. Der Boden brennt. Der Boden brennt nicht. Alles, was mir bisher an Eden so wunderschön vorkam, ist womöglich hässlich. Das meine ich mit Angst. Ich hörte ein Geräusch, das Weinen und Schreien von all den Dingen, die sterben müssen. Die Natur ist Satans Kirche. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Hüte dich davor, Eden zu unterschätzen. Erzähl mir mal, was dir im Wald passieren könnte. Was glaubst du? Wo bist du? Du hättest nicht herkommen sollen. Du hättest nicht herkommen, was du da sagst? 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 Vielen Dank.